Dann machen wir Rheinland-Pfalz. Das schöne Rheinland-Pfalz, das ist würde ich ungefähr durchschnittlich einschätzen, nicht besonders liberal, nicht besonders streng. Man darf grundsätzlich betreten, keine besonderen Einschränkungen für irgendwelche Naturverjüngungen oder sonstiges. Selbstverständlich darf man beim Betreten nichts kaputt machen, das gilt ja immer, das gilt auch in Rheinland-Pfalz. Aber sonst sind sie recht liberal und es gibt keine von vornherein ausgenommenen Flächen, außer die, die bundesweit ausgenommen sind. Das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal kurz erwähnen, weil es hier in Rheinland-Pfalz sonst so klingt, als könnte man alles betreten. Nicht forstwirtschaftliche Anlagen und auch nicht jagdliche Anlagen, sprich nicht auf den Hochsitz und nicht in den Schuppen, den der Förster da irgendwo vielleicht hat, wo er diverse Sägen drin aufbewahrt oder ähnliches. Da darf man dann jeweils nicht rein. Das Sammeln von Walderzeugnissen ist Standard nach Bundesnaturschutzgesetz, keine besonderen Befugnisse, keine besonderen Ausnahmen. Zum Holz sammeln gibt es überhaupt keine Angaben, man findet gar nichts, es hängt sehr von der Gemeinde vor Ort ab. Wenn man da also wirklich größere Mengen Holz sammeln möchte, mal abgesehen von winzigen Mengen, das geht ja immer, dann müsste man bei der entsprechenden Gemeindeverwaltung nachfragen. Was haben wir dann? Wir haben Rauchen. Da ist Rheinland-Pfalz sehr streng. Rauchen darf man im Wald nicht. Punkt. Nicht. Gar nicht. Nicht im Winter, nicht im Sommer, überhaupt nicht. Das könnte ich mir vorstellen. Aber das weiß ich nicht genau, dass das dann gegebenenfalls vielleicht auch mal etwas eher kontrolliert wird, als woanders, wo es nur temporär mal verboten wäre. Radfahren darf man auf Straßen und Waldwegen, wobei da auch definiert ist, was Straßen und Waldwege sind. Straße ist klar, Waldweg, also eine Forststraße, dieses Standard-Schotter-Ding, das ist eine Straße. Ein Waldweg hingegen, der kann auch nur natürlich befestet sein, sprich verdichtete Erde auf sowas, wenn der entsprechend breit ist, dürfte man dann auch noch fahren. Grob kann man es zusammenfassen, da wo auch ein geländegängiges Auto noch relativ problemlos fahren kann, da ist auch das Fahrradfahren erlaubt, ausgenommen, beziehungsweise keine Waldwege mehr. Sind aber Wanderwege, also so kleine Wanderwege, auch wenn man darauf noch fahren kann, wenn man es kann, aber die sind rechtlich gesehen ausgenommen und Rückgassen, Maschinenwege und sonstige forstwirtschaftliche Flächenwege sozusagen, die dafür dienen, den Wald eben zu bewirtschaften. Das sind auch keine Waldwege in dem Sinne, dass man darauf Fahrrad fahren dürfte. Will man ja auch nicht. Das macht darauf keinen Spaß, weil da liegen überall entsprechende Balken. Stöcke, Äste und so weiter und so fort, da kannst du eigentlich nicht schön Fahrrad fahren, also nicht so, dass es Spaß macht, auch wenn man drüber kommen würde, natürlich. Zelten mit waldbesitzerlicher Zustimmung, das ist also wieder relativ liberal, ähnlich wie in Bayern, kennt man einen Waldbesitzer und der hat einen großen Wald und der sagt, ja, darfst du zelten, dann darfst du auch zelten. Das heißt, da braucht man sonst weiter nichts. Und zum Schlafen im Wald gibt es keine Angaben, das heißt im üblichen Grauzonenrahmen, sofern man nicht zeltet, sondern einfach nur irgendwie anders schläft, dann ist das zumindest mal nicht verboten. Recht kurzer Fall, das gute Rheinland-Wald, haben wir es auch schon durch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.